Jep, und da sind wir wieder bei Video-Blogger-Youtube-Story. Wir sind gerade hier voll am Ratzen. So, was machen wir? Videos, genau. Gut, die Spiele hatten wir ja das letzte Mal. Ah, aber nochmal Outlife. Patz, 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 patz. Mit ein bisschen mehr, mit ein bisschen mehr und mit ein bisschen mehr. Natürlich, Outlast muss man immer Schiss haben. Das ist das einzige Spiel, wo man echt die Hosen voll hat. Richtiger Schlüpperbrenner. Und da sind wir rothaarigen, blonden, immer noch richtig am Zwiebeln, du. Na, 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 wie viel kriegen wir jetzt, wie viel kriegen wir jetzt? Und? Oh nein, ich habe hier keine Facecam. Du, wie da. Okay, wir nehmen wir unser Video. Fear, cry, sch, sch, lipperbrennen. Da, ha, sch, 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 sch. Natürlich, ne? Prank So Next Immer noch kein Advertising 116 Views Und das sind 2 Oh, 41 41 Was hat man denn hier für Kommentar Wow Nö Okay Ich like natürlich wieder mein eigenes Video Yeah Okay, wir haben noch genug Energie Gucken wir mal, was wir wieder für neue Spiele haben Alone in the Darkness Komm, kaufen wir mal Nach Omnesia Panumbra Kaufen wir mal Resident Okay, ich schaff meine Kiste nicht Resident Devil Zero Ah, komm, kaufen wir mal Ah, komm, kaufen wir mal Das wird dann mehr zu nem Horror-Ding hier Bissin Action drin brauchen wir auch noch Pulse 3 Assassin's Creed Brauch's noch einen besseren Komm, Halo dafür Ach, Mann Tod Clancy's Bow Six Yeah So, Crysis Aha, für Crysis brauch ich also keinen High-End-Rechner Aha Uncharted 4 Ja, da brauch ich definitiv Äh Monster-Rechner Mood Ja Yeah Yeah Sounders Cry Cry Sounders Cry Okay, let's go Okay Und vielleicht ein paar RPGs Yeah Wie wär's denn damit Nuclear Fall Oh Komm Ist ein gar nichts Spiel Gut, dann machen wir jetzt mal das Erste Video Und zwar Davon Basic Camera Blatt Blatt Ja, okay Da brauchst du mal ein bisschen hiervon Ein bisschen hiervon Ja, ein bisschen davon Okay So Dann bin ich mal gespannt, wie das Video reinhaut Fallout 4 Das ist ja auch wieder so ein Ewigkeitsspiel Was? Was machten die? Yo Da war die Atombombe Der Fat Man Mann, ich will aber blond sein Ich will dieses rote Ding da nicht sehen Also die roten Haare Nichts gegen rothaarige Aber Ich hab mich so gemacht Äh So Natürlich wieder ohne Werbung 88 View Wow, 55 So kann das nicht echt so sein Mann Not funny Du, deine Mutter ist nicht funny Dankeschön Und natürlich like ich wieder selber Okay Und das nächste Video Mal komm, ein bisschen Action Zack Zack Wow Und natürlich Zack Anger Schwierigkeiten Boom Und jetzt los Okay Okay Boah 91 90 ähnlich mehr viel und ich bin die so sein auch schicht Kort auf dem Bezelsfield. Alter Schnelli, die brennt ja richtig. Uh, meine Anzeige ist ein Vergnügen. Babababababam. So muss statt. So muss statt sein. Ja komm. Komm, wir knacken jetzt mit dem Video. Was noch Prank dahinter? Yeah. Was noch meine Ausrufezeichen dahinter? Upload. 132. Ja. 70. 50. Ein Komment. Danke. Wäre witzig. Ey, ich will mich selber liken und selber 10.000 Mal abonnieren. So. Boah. Toll, jetzt habe ich ein bisschen pennen oder was? Was? Ich habe Abos verloren? Wie jetzt? Boah. Geht mal gar nicht. Ich will Best Player Ever sein. Hier war ich so mit 1 und so. Die Zahlen, das sind eigentlich nur meine Subscribers. Also ich bin größer als PewDiePie. Kann ich gar nicht. Ich bin PewDiePie. Immer was schneller. Wir müssen Videos machen. Ganz viele Videos. Okay. Ey, wieso kann ich nicht mehr scrollen? Okay, dann machen wir halt Resident Devil. Basic. Kamera. Okay. Klatsch. Die Leute wollen wohl keine Intelligenz mehr sehen. Humor. Bad. Ähm. Zack. Okay. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Horror kommt eigentlich dann auch besser an? Oder wie jetzt muss ich das sagen? Was versteht hier? Muss ich jetzt Horrorspiele spielen oder was? Mir reicht schon until then. Ich denke, habe schon längst in die Ecke geschmissen. Du musst Schaus spielen. Zu. Kommt noch ein Tag. Ähm. Zombie 4. Regenschirm Frank. Ja. Tastatur reagiert wieder mal. 122. Direkt gucken. Direkt gucken. Yeah. Dankeschön. Okay. Soll die Ausrufezeichen der Sarkasmus sein oder ne? Na komm. Komm. Und natürlich selber liken. Selber zehnmal abonnieren. So. Hm. Was machen wir jetzt? Okay. Horror scheint echt gut anzukommen hier in dem Spiel. Ähm. Hatte doch mehr. Ach ne. Okay. Mach ma mal. Panumba. Zack. 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 Und zack. Ach ne. Zack. Noch bisschen so. Zack. So. Natürlich vier. Und zack. Video edit. Oh. Monat zwei. Videos. Ich hab nur vier Videos gemacht. ganzen Monat. Okay. Okay. Jetzt knacken wir die hundert. Jetzt knacken wir die hundert oder? Komm. Was ist das für eine Bambusleitung? Ne Trendablaze? Ne Trendablaze? Wie nennen wir es denn? Angst in der Buchse. Natürlich Prank. Zack, zack. Okay. Yeah! Zehntausend. Ihr wollt mich doch verarschen. Der nächste Level braucht 10.000. Ja, kennt ich. Und natürlich wieder selber liken. Und 10.000 abonnieren. Nein. Okay, komm, wir tauschen uns schon. Okay. Depend wieder. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Video. Wenn es euch gefällt, machen wir es gerne weiter. Das ist eigentlich jetzt nur zum Testen. Wenn ihr YouTubers live sehen wollt, sagt es mir auch. Ich hab's ja bestimmt auch irgendwo rumfliegen. Irgendwo. Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.